Dieser Ford Transit Connitzt ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Einparkhilfe, Start-Top-Automatik und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 120 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.yout.de Bis zum nächsten Mal.